bei mir fällt nichts vom himmel ich mache jetzt eine aufnahme hier wo ist ein pferd? ich habe hier ein pferd gesehen da war ein pferd wo ist das pferd hin? ist mir live bei youtube zu sehen, so sieht es aus ich rinne einfach einem hinterher boah geil das spiel ist glaube ich nicht schlecht, ich werde mir das holen geil ist auch der sandsturm nicht geil gemacht also das war einfach so ein niederweibsten was mein flugzeug unser ist gut kannst du wohl lesen wie dein sauber heißt? das habe ich dir vorgelesen aber jetzt kann ich, so lange ich lebe kann ich nicht ja guck schon mal wenn du stirbst lass uns nochmal rausgehen und dann ja zu sagen wir fliegen ist nämlich irre lustig ich flieg mit dir nämlich überall hin wo du willst fliegen mit dir hinten fliegen mit dir hinten jetzt gehst du mal auf den server wo du die vier zahlen die vier nummern ich suche jetzt die ganze zeit den server und warte bis da einer rausgeht machen wir es so, ok? aber nicht in rush, du gehst ja in conquest ja, ist ok du sagst die die nummer was der server hat und dann versuche ich die hammer rauszufüllen aber ich guck überhaupt mal ob doch, das geht schon, ja? du sagst mir die nummer, ja? ja, ja okay mach ich glaube ich gleich gleich hier runter mach sie ich schon ich versuche halt noch mal einen zu killen vielleicht klappt das ja mal der ist irgendwo an die basis wir versuchen beide die gleiche so, ups auf zwei steine man hat nur eine granate oder zwei du musst dann halt zu meinem ding gehen zum Asult der gibt dir dann Waffe und Munition wieder wenn jetzt ich Asult bin, kann ich dir immer ein Päckchen geben ich bin auch ja, ich hab eine geschossen, ich hab's geschafft wir finden mal nicht zueinander, ich dachte du gehst raus ja, ja, ich wollte nur noch einen killen, ich komm gleich ja, ich hab einen zweiten gekillt, ich bin voll gut, jetzt kann ich rausgehen super, ich warte eine auf dich, Junge Entschuldigung